Okay, Andi, dann. Wo wolltest du mir denn die eine fette Schlucht zeigen? Ja, die ist jetzt ganz schön weit weg. Ich würde vorschlagen, wir gehen lieber in die nächste da. Ja, okay, dann läufst du gerade in die ganz falsche Richtung. Der Maxl. Echt? Ist bei mir noch gar nicht online. Na, jetzt! Ah, der Maxl. Ich äh, wie ich ihn. Warte mal. Ja, Maxl, wir hatten doch sechs gesagt, nicht halb sieben. Naja, als meine Mutter von der Not erfahren hat, hat sie mich halt tot, hat sie mich halt halt halbtot geprügelt und da muss ich erst noch mal drei Stunden lernen. Und ins Krankenhaus, oder? Ja, drei Stunden, zwei Tage für Weihnachten. Während der Operation haben sie mir dann Buchstaben in mein Gehirn eingeflößt. Okay. Jetzt hast du nur noch extrem bessere, okay, besser geht es nicht mehr. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Eigentlich hat es so eine ganz tolle Gelegenheit gegeben. Oh, Andi, wir müssten vielleicht mal pennen. Ich glaube, wir graben uns hier einfach mal rein, oder? Meine Mutter ein Geschenk besorgen konnte, unbemerkt. Andi, bin ich nicht cool. Ja, du bist cool, Maxl, aber sag mal, wie viele Geschenke willst du dir deine Mutter noch kaufen? Hab halt meine Mutter gern. Maxl, wir sind gerade ziemlich weit weg. In der Kiste, wo dein Name drüber steht, dürfte in der Map sein. Ich fände es eigentlich trotz allem noch genial, wenn wir jetzt einfach in der Höhle gehen. Ja, aber in der Nacht würde ich sagen, pen wir es erstmal noch. Also auf der Map soll es doch schon mal nicht, gell? Ja, du siehst uns ja auch nicht auf der Map. Ja, hier ist doch die Höhle, in der Höhle ist ja eh gut. Na, trotzdem. Mach mal eure Map an. Du siehst uns trotzdem nicht, es geht nur Bucket. Maxl. Maxl. Äh, nicht Maxl. Was labere ich schon wieder? Oli. Andi, du, jetzt hier Fackel reinsetzen, dann wir jetzt pen und danach wir Höhle, sonst du boom. Also Maxl, dann geht es mal nicht weg von dir. Ja, leg dich da mal ins Bett, bitte. Ah, fuck, ich bin so ein Idiot. Andi, kommst du jetzt mal bitte? Ja, ich fäll gerade rum. Ich bin da pen. Du fällst, während du im Inventory bist. Ja. Okay. Setz mal Fackel. Ich fände jetzt erstmal dies, vorne durch dies, dies, dies. Ja, wow, jetzt haben wir drei Crafting Tables. Warte mal, kriegst du noch meine zwei und ich mach mal die Betten. Ich hoffe, du hast noch genug Platz im Inventar, ich nehme mich nicht. Ich hab nur für ein Bett Platz, da. Sag mal, du das Zeug mal auf. Machen wir jetzt hier unser Zwischenlager, Oli. Ja, genau. Ja, deswegen tust du auch alles auf dem Boden. Also, ich liege im Bett. Ich liege im Bett. Ich liege jetzt auch im Bett. Andi handelt nur mit einer Kiste rum. Boah, weh, wir fighten jetzt. Ah, ja. Ja, ja. Mitnehmen die Betten. Oder lassen wir sie hier liegen. Machen wir doch hier eine Chili-Unterdingung. Ey, wie mir die Schafe gerade die Ohren voll dröhnen. Ey, Alter. Komm doch mal bitte. Ja, genau. Ja, genau. Ich mach mal eine Jacke. Stell dir mal das vor so. Ja. Andi, äh, tu am besten an die Spitze hier. Oder hier vor einfach mal ne Fackel. Ja, genau. Gut, dann gehen wir mal wieder zu. Ja, und Max lässt sich hier mal wieder Außenseiter. Ja, und kann ich vielleicht mal oder nein, ich kann mir selber fackeln. Nein, kann ich nicht. Ich hab keine Kohle. Andi. Kann ich fackeln, ich hab eh mehr als genügend. Gut. Hier ist voll voll fäll. Gib mal bitte. Na, ne, ich hatte sogar. Ich hatte sogar. Nehmen Sie wieder auf. L, B, unterstrich live. Wow. Na, eh, Andi. Du weißt schon, dass ich dich jetzt abgrundtief hasse. Da weiß ja keiner, was das ist. Ok, ja gut, das weiß echt keiner. Und weh, Google danach. Mach was anderes mit Google. Google und auf YouTube. Den Typ kennt eh eh keiner. Google was an, ganz anderes. Ja, Max, du brauchst über sowas gar nichts reden, ne? mehr ja keine Ahnung zwar schwer in so 15 Minuten und man die Lassenur schon bezorgt eine Stunde es ist dann noch ein bisschen zu sein er hat schon eine Stunde gezockt und jetzt nimmt er schon eine dreiviertel Stunde auf ja ich meine ja schon um das neue schon bezorgen und was hast du gezockt ich habe vergeblich versuchten dieses Ding da war man konnte ja wenn so ein Gartisspiel und dann konnte man auf Steam wieder irgendeine Scheiße gehen und ich habe versucht es zu schaffen und ich habe es nicht geschafft du Loser ich schaue uns mit Schafen so, das sieht schön aus ja ich weiß ja wie viele das schon sind und noch mehr Leben, Alter musst du die jetzt abwauen? ja kein Schade ein Hühner ja Hühner, ja Hühner, Hühner, Hühner unter Wasser warte, ich komm hoch bei mir haben die Schaf gerade ein Stück Wand gegessen da bin ich sicher ja übrigens schon, also ich hatte im ganzen Feld schon ja Andi ist natürlich direkt gestorben bei Erkundungstunden wir haben erstmal eine Viertelstunde damit verbracht ihn da wieder rauszuholen wow Andi wo bist du jetzt? gute Frage äh, Lavasee ne, ne, ne also soweit aneinander sind nicht ey komm, Andi hat schon dazugelernt, ey, er geht nie alleine zum Lavasee doch weil das der einzige Anhaltspunkt ist, den wir auf der Map wirklich oder prozentig ausmachen können du hast doch mal Map, also Lavasee ja aber auf der Map so es gibt schon eine Beine ah ja und ne Met Null, Met Null hat Adam ist so, ja, bei ihm Met Null hab ich, Met 1 hat an die Map 2 hast du und ich stelle die Ränder Distance wieder auf normal also was und ja, nach Hause gehen wollen wir nach Hause gehen würde ich vorschlagen da machen wir gar nicht die Minen und ich hab immer noch nicht mehr ins Gehen, erinnert mich mal wir können ja dann, ähm, mit Maxl noch kurz in unsere Mine gehen stimmt in die, ähm, ganz groß bis zum Abgrund oder in die andere das können wir uns ja dann noch überlegen haben wir zwei die Treppenmine und die Schachtmine ja, stimmt apropos Schachtmine, ne, Tagebuchserver wird jetzt in den Weihnachtsferien oh ja, wir haben uns im Lagerraum nicht gemacht ja, haben wir gesagt, machen wir nächste Aufnahme ich kann ja schon mal die Kisten craften, damit wir wenigstens einen Anhaltspunkt haben ja, aber stellen sie bitte noch nicht hin Kisten zu craften ist natürlich auch das Wichtigste na, ein Lagerraum ohne Kisten jetzt mal ernsthaft, wie willst du bitte Lagerraum mit Kisten ohne Kisten machen kannst du mir das mal erklären? kannst du mir das mal erklären? kannst du mir das mal erklären? ein Lagerraum mit Kisten ohne Kisten, kannst du mir erklären wie es geht? ich kann es erklären, aber das würde dein Gehirnanspruch überlasten, Maxl es wäre ungefähr genau so wie mit Geo na ich habe jetzt ich hole, du holst jetzt den Trommelwirbel den, den Trommelwirbel den... den Trommelwirbel den Baus jetzt gefälligst zehnmal ein Duhm tisch Duhm tisch ich würde ich such ihn, ich versuch's ich, wo ich doch so ein schlechter Orientierungs-Sinn habe eine bessere Not als Salz wach wer weiß ich gehe auch so um Orientierung geht oder ja an die Krone weißt du wo ich bin an die die Hälfte außerdem aus meiner Orientierung sind schlechter sagen wir mal die Koordinaten Y5 3 7.500 okay ich gehe mal da lang 10 Stunden später ein Jahr und er erinnert mich irgendwie ein bisschen an um die heißt da ja an die für ihn nachdem schaumt macht es ganz gut und befreundet und schafften und Geld nur ich bin und ja ich schaue zum Lavasee wenn er steht kurz vor der kurze Kunde wo ist der Lavasee vorliegen ja sie können ich sie es nur nicht die Kuh du bist so cool was glaubst du was jetzt passiert wenn ich direkt zu dir springen Mann ab der Mann abflug eigentlich hätte ich auch vorgeheimlich noch züchten weiß nicht aber gut dass es sagt Maxel um wir bräuchten ein bisschen Weizen um ein paar einzulocken wir haben hier sie wäre sehr viel Schweine tausende um nicht zu sagen hunderte also gar doch sehr viele so hat ich voll neu schwein ja wir brauchen ihr Weizen weil ich hier so viele Schweine eben haben deswegen wollen wir den Weizen haben heute in Kunst war cool das war's so beschissen ähm und schon wieder die zwei hüppelnden Baumschweine immer noch das erinnert mich immer wieder also ich frag mich warum dieser der gleiche Bug in zwei Let's Play Togethers passiert wie Sebastian ähm zwei Tiere stacken zusammen nebeneinander in einem Baum fest und hüppeln dämlich rum n ist bei uns passiert und bei sie gehen dann in einem wer sind ja Gamer wir machen wir mögen nichts was mit der Natur zusammenhängt vergesst es in die Welt werden die Welt und den hatte ich auch schon Maxe in der Dreiviertelstunde in der du lernen musstest Maxel Witze werden auch nie alt Andi Witze werden aber auch nie alt naaa ich bin es ist es gibt keine Oli Witze überlegt sich mal ein paar Oli Witze ich wollte ich auch gerade sagen keine Oli Witze ja weil mich jeder mag stell mal bis du mit einer Oli mir reicht's ok pass auf Andi 3 2 1 Oli also dass die Nahrung er ist neu D Prozent ich gehe so gut die Oli viele Jahre ja würde ich sagen Hälfte mal schlachten oder Nö 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 Sontes die das an die Neue Nein ich hoffe dich möchte ich gerne schon immer Kinder verschonen 3 Euro auch Kinderarbeit auch mit den Insider das verstört unsere Zuschauer eigentlich werden wir sind die Regie Schlaubert und so ein Tag unsere Klasse aufnehmen ich weiß nicht, es für die hunderte Klicks kommen, man. Ja, auf jeden Fall. Tausende, Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trilliarden. Ey, Alter, komm jetzt nicht mit Mathe oder ich raste aus. Der Herr war doch ganz cool, der Herr. Ja, piep. Der Herr piep. Okay, so lange war man das jetzt auch nicht. Loll, zieh doch mal rein, zieh doch mal die Scheiße. Zieh doch mal rein, ich hab das um mit nem Ei rausgekickt. Oh, scharf. Stirb. Nein, scharf bleibt es da. Nein, du bleibst da. Stirb, stirb, scharf. So, dann geh mal jetzt ne Runde in die Mine, oder? Nein, du würdest Hunde retten. Ich hab doch gerade lauter Hühner gepötet, wo es nicht gleich ist. Prozent man kann die Umschaftsgerät sich aufs Geräte im Norden ich bin der Bruch wer ist der Bruch und ich würde sagen wir gehen hier oder so bocken woanders hinzugehen nicht meinen ich habe mal an die Versorgung kraft abzumachen wo siegel geht mein Ziel zurück Zeit noch mal nicht die Fackel den Ziegel Alter ein Ziegel haben Befriedigung ein Stein wo die in der Eichel und die Stolz ein Wallenstein Maxel Fresse was solltest du sagen Andi doch mal bitte dabei bin ich in die Niederlande ja mach weiter und nicht so und an die Macher und den hat er auch schon Max an die macht weiter so dann kommst du auch irgendwann auf die nasi um eine Montage Jörg und die die Leute jetzt kein sauberst ähm Leute ok ähm Skype ist gerade am spacken Und ich werde gerade zugechatten von allen Seiten.